Der ganze Schwung, den die Mannschaft jetzt hat, den auch Xavi Alonso da mit reingebracht hat über das letzte Jahr. Was glauben Sie, was das den Spielern gibt und wo das noch hinführen kann? Ja, Selbstvertrauen gibt das auf alle Fälle. Es gibt dicke Muskeln, es gibt keinen Ersatz für Erfolg. Was hat Ihnen diese Meisterschaften jetzt persönlich vielleicht gegeben? Das war für mich das Allerwichtigste, dass endlich mal die Schale vorbeikommen. Ich habe mir gesagt, Mensch, jetzt soll die da mal vorbeikommen, dass ich es als alter sagt, wenn ich es noch mal streichen kann. Schön, dass er da noch mal vorbeigekommen ist. Das war klar, dass das für mich schon der ganz entscheidende Titel war. Also ich habe es eben gesagt, man hat schon in der Euroleague oder hieß früher UEFA Cup gewonnen. Wir sind auch DFB-Pokal-Serie geworden, aber sehr, sehr häufig, mal unglücklich, mal mit viel Pech vor der großen Schale gescheitert. Immer Witze kusen deswegen. Das ist dann so ein Bozillus, das setze ich fest. und Vielen Dank.